Hallo, hier ist das Beachvolleyballteam Böckermann Obatzka und wir unterstützen das Programm Mila Help. Es geht darum Volleyball, Utensilien, Bälle, Schuhe, Netze rund um den Globus zu verteilen und da rufen wir auf solche Gegenstände unter Mila Help oder Mila Volleyball Also wir unterstützen das Programm Mila Help und Mila Volleyball, die wollen Utensilien für Volleyball um den gesamten Globus verteilen und nutzen dafür gespendete Utensilien und da rufen wir auf Sachen zu spenden. Also Leute, spendet, 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 euer Beachvolleyballteam Böckermann Obatzka Böckermann Obatzka Böckermann Obatzka Böckermann Obatzka Böckermann Obatzka Provide guter, was ist eigentlich sehr vizig und auch sehr Böckermann Obatzka Böckermann Obatzka Untertitelung des ZDF, 2020